ja wahrscheinlich los los da hinten fliegen die taucher fisch ist das traurig oder ist das traurig pass auf der see kippt jesus jesus nein ich will er weg das wurde prophezeit dass der see kippt der fisch macht schon mal vor ja oh gott ja er ist nicht tot er schläft nur siehst du ja mit dem bauch nach oben sehr gut klar ach meinst du schlafen ich kann mir mit dem bauch nach oben nein ich glaube meine eltern habe ich an gelogen ich weiß es nicht genau ich bin nicht mein eigener großvater deswegen weiß ich nicht irgendwie irgendwann jemand gelogen hat natürlich ein eigener großvater das muss doch wissen auf deine eltern nicht angelogen habe weil sie seine töchter sind selbst der vater ist deine tochter also nun seien wir mal rational guter enkel ein neffe meine ich doch das wollte ich sagen ich bin mein eigener schwiegerhund jede familie ein hund ach das bist du da oben ja schwimmen pro als ich fliege flieg auf die fresse und so ein sause schritt und bringst den kuchen mit genau und ich bin mir da sind wir sind die 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 haufe sprung in der platte die die da oben auf dem bogen noch immer abstimmt aber das ausrufezeichen das sollte man sich holen vorsicht auf dem was ist denn passiert ja wegen dem upstream das heißt ja ja gerade an ab und down stream denken musste so ablaut und ja 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 ich verstehe ja warum lass über ab string weil ich an ab stream denken muss ich weiß es nicht ganz es kommt endlich die remex hands boy jetzt kommt endlich direkt zugeflogen wenn man das vorher aber vorsicht elektro bier man muss nicht elektro irgendwas packen nur um irgendwie versuchen das ist das hier das hier ist gerade wie irgendwie ddr auf der einen seite ich auf der anderen seite getrennt von seinem eigenen urgroßvater das war ddr wenn man sich selbst vorsicht der eismann kommt da oben bin ich mein gott ich muss aufpassen wo ich bin ja ich habe manchmal orientierung schwierig guckst du auf kirbymann zu geben nein warum kann man denn hier diese eine mode moni sind nicht tun aber nicht in die fangten ach nicht da rein nein nein man muss kämpfen also man kann man sie kann einem was tun aber man kann sie nicht besiegen oder man hat als seiter man hat munition munition dann töte sie alle los das sagten sie auch zu deinem rober machen für dich selbst nein wir hätten großvater ich muss auch ich muss das bin ich nein ich bin nicht achtung der fall suggeriert dass es da lang geht warum und zwar schnell damit hier aber delfin doch und die sollen sich für richtig gut steuern ja ich musste auch gerade erst gucken was ist genau für eine kaste ist wo ein selbst ist die da oben gibt es noch irgendwas warte man kann so um war glaube ich noch irgendwas springen ja wo er zum schluss wirklich darunter springt ja der film ist ich weiß nicht kann sein ich bin mir sicher wer da alles mit gespielt hat so ein junger und ein wahl richtig aber der erste ist immer noch der beste ja das ist meistens du hast du die zwei und drei es gibt ja mittlerweile sogar schon viert mit einem kleinen mädchen das ist ja schon nicht mal mehr der schauspieler ja das kleine mädchen ist ja nicht mal mehr der schauspieler ne der ist ja nicht mehr mit bei so rum mccallie korken nein mccallie korken ich weiß nicht wie man mccallie korken mccallie korken mccallie korken mccallie korken halloo schwester halloo großvater großvater habe großvater was ist denn du bist leftig ich muss schwimmen du sagst es, das sehe ich nicht Fisch muss schwimmen Fisch muss schwimmen Ja und ich muss Zeug einsammeln weil gierig und so Merk schon Ah links gehts irgendwie hoch Achso ja, hier ist das Ende Ne doch, links gings noch irgendwie hoch Irgendwo ist ja auch noch das 5 Sterne ding Das hat man meiner Meinung nach Da kam gerade eben das 3er Oh, wie traurig das ist Das fühlt sich so als Delfin so Das ist fast so traurig wie diese eine South Park Folge Wo sie den Ball Und dann zum Schluss wo sie dann die Credits abspielen und wo die da irgendwie so eine Minute, anderthalb Minuten lang zeigen wie dieser Wahl einfach nur auf dem Mond liegt Tod Das ist so Ah genau so Ja das ist so, das ist so mies Das ist so Wo ich das mal privat mit jemandem gespielt Da haben wir so ewig gebraucht um sie zu bekommen Und das hier war gerade First Try Achja ich erinnere mich, wir haben das mal gar nicht gespielt Ja Damit die Erinnerungswürdigkeiten Ja ja, die Erinnerungswürdigkeiten Was? Natürlich heißt es nicht so wie zum Beispiel Wir würden hier bei uns Der Eiffelturm Der Eiffelturm Hast du da gesehen? Oh, hast du das gesehen? Nein, warte, 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 hier unten Hier unten ist doch Sterne Sternis Gott, jetzt haben wir unseren Rang verloren Klar Achso, den Ball müssen wir da oben rein Ja, ich hab ihn einmal geworfen Aber dann sagst du ihn, du hast es fast auch Besser als du Ich weiß nicht, wie man den aufnimmt Ich glaube nicht Ja A, ne Aber ich 2 2 3 Ja Oh, ey, ich wollte ihn nicht erfen Wollte ihn erfen Was ist das? Jetzt Wollen wir noch mehr? Bei dem hier drin war Bei dem hier drin war den Oktopussschlüsselhalter Bei diesen Seinen Tentakeln bleibt garantiert jeder Schlüssel kleben Okay Oder so Ne, wahrscheinlich nicht aber Was? Was hab ich denn gerade gemacht? Ach Der ist nicht leicht Jawoll Der Okti-Aquarium Okti-Aquarium Diese Oktis verstecken sich alle gerade Das sind keine Oktis Das sind Angsthasen Okay Hasen im Aquarium halten Das ist ein Sledge Ich habe auch nicht Warum drehst du? Ja Stern Nummer 1 Und den anderen, komm Patrick 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 No, das ist Patrick Jawoll Ja Ostensdorf Hau Auf nach Mitte Auf nach Mitte nehmen wir die U-Bahn Oh, 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 oh Dazu muss man wissen in Berlin gibt's einen Stadtteil der Mitte, heilt Das sind für mich alles Berliner die Nein, was war das nochmal? Was war das alles denn? Thailänder? Was? Du hattest nochmal lauter Zugriff aus Thailand und Brasilien. Ja, ja. Da waren ganz viele brasilianische Hausfrauen Mitte 40. Profi-Fauna 40. Profi-Fauna? Profi-Frauen 40. Profi-Frauen 40, ja. Hausfrauen. Ich würde gerne Profi-Frau wären. Sind sie schon 40? Ja, dann können sie Profi-Frau sein. Neuer Job Profi-Frau. Hab ich sie gerade angesprochen? Nein. Ich muss mir die Tränen aus dem Auge. Wir haben das erste Fall. Wie können wir denn in den Chandelier umpassen? Naja, was soll's? Und dann haben wir den Reifen. Aber wir beide werden niemals reifen. Nein. Nicht wie diese Gucke, die plötzlich rot wird. Daran habe ich immer noch hinter sich gekohen. Jesus. Der kann dir da auch nicht mehr helfen. Nein. Helf ihn. Was? Das glaube ich nicht. Jetzt bin ich aber gespannt. Gruselig. Es ist so super. So super gruselig. Willy. Willy. Achso, ja, so hieß der Wahl. Willy. Willy Nelson. Mandela. Willy Nelson Mandela. Spiel uns ein Lied mit deinem Politik. Kabinett. Nein, nein. Wer hat das gedrückt? War ich das? Ja, das war ich. Was? Man will nach oben schwimmen, verstehst du? Und dann kann man das aber nicht, weil da die Tür ist. Das ist ja schlimmer als... Aber das hier ist die Geheiminsel, also... Jetzt hast du mich dann gespuckt. Das war auch Absicht. Das ist absolut eklig. Gut, dass er dann an dem Tuch hängt, dass er so abfährt. Jetzt hast du meine Schuppen. Nein, ich habe keine Schuppen. Er hat nur Läuse.